Standpunkte, der Podcast auf Apolloot. Russland Niederringen Sigmar Gabriel und die selbstmörderische und geschichtsvergessene Kriegstreiberin der Transatlantiker. Sigmar Gabriel, der Chef der Atlantikbrücke, will Russland niederringen und dazu notfalls auch deutsche Truppen in die Ukraine schicken. Die transatlantischen Sprechpuppen klingen inzwischen ohne Übertreibung wie die deutsche Propaganda der Jahre 1941 bis 1945. Ein Standpunkt von Thomas Röper. Sigmar Gabriel, früherer deutscher Außenminister und SPD-Vorsitzender, hat sich im wahrsten Sinne des Wortes vom Saulus zum Paulus gewandelt. Oder er ist ein Opportunist, der die Öffentlichkeit nach Lust und Laune belügt. Im Februar 2018 sprach sich Gabriel, damals noch deutscher Außenminister, auf der Münchner Sicherheitskonferenz öffentlich für einen schrittweisen Abbau von Russland-Sanktionen aus. Er sagte, er wisse, dass die offizielle Position eine andere sei. 2015 hatte Gabriel nach einem Treffen mit Russlands Präsidenten Putin Ähnliches geäußert. Die damalige SPD-Vorsitzende Nahles und der damalige Finanzminister Olaf Scholz empfahlen damals, Gabriel auch wegen seiner fortgesetzten Nähe zu Russland-freundlichen Kreisen um Ex-Bundeskanzler Schröder als Außenminister zu ersetzen. Nach dem Ende seiner Zeit als Außenminister forderte Gabriel erneut die Aufhebung der Russland-Sanktionen. Er bezweifelte sogar die Täterschaft russischer Geheimdienste an dem angeblichen Giftanschlag auf Sergej Skripal. Bis zum Beweis des Gegenteils gelte die Unschuldsvermutung, er sei gegen eine immer schriller werdende Diskussion. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das alles im Mai 2022 zusammengefasst und Gabriel heftig kritisiert, weil er angeblich nah an Putin sei, so die damalige Überschrift des Artikels. Gabriel war zu dem Zeitpunkt aber schon knapp drei Jahre Chef der radikal-transatlantischen Lobbyorganisation Atlantikbrücke, bei der ein Russland-Freund normalerweise nicht einmal einen Job als Fensterputzer bekommt. Dass Gabriel in Wirklichkeit ein radikaler Falke ist, hat er nun in einem Interview mit dem Stern demonstriert. In dem Interview hat Gabriel im Ukraine-Konflikt eine härtere Gangart gegen Russland gefordert und dabei auch die Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine ins Spiel gebracht. Wie fest Gabriel in die der US-Politik verpflichteten NGOs eingebunden ist, zeigt sich daran, dass er auch Mitglied der Trilateralen Kommission und des European Council on Foreign Relations ist. Was Gabriel im Stern-Interview gesagt hat, zeigt, wie gefährlich die von den USA kontrollierten transatlantischen Thinktanks und deren Sprechpuppen sind. Denn die Äußerungen von Gabriel könnten ohne weiteres auch aus der deutschen Propaganda des Zweiten Weltkriegs stammen. Und sie könnten, wenn sie umgesetzt werden, zu einem großen Krieg in Europa führen. Russland niederringen. Gabriel sagte in dem Interview allen Ernstes, Zitat, Aber wir werden Russland noch einmal so niederringen müssen, wie wir das im Kalten Krieg mit der Sowjetunion gemacht haben. Zitat Ende. Die Vertreter der US-Politik sind immer noch der Meinung, sie müssten eine Politik aus der Position der Stärke heraus machen, also anderen Ländern ihren Willen diktieren. Dass das heute nicht mehr funktioniert, haben sie offensichtlich nicht verstanden. Wie krude das Denken dieser Transatlantiker ist, zeigt folgende Idee von Gabriel aus dem Interview. Zitat. Putin unseren Eisenfuß entgegenstellen und zugleich nach Gesprächsformaten und damit nach Auswegen aus dem Krieg suchen. Zitat Ende. Dass man nicht gleichzeitig gegen Russland Krieg führen und als Verhandlungspartner oder gar Vermittler auftreten kann, scheint Gabriel gar nicht zu verstehen. Offene Kriegsdrohung gegen Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse erkennen, wie ernst wir es meinen, sagte Gabriel. Wobei ich mich frage, ob er mit wir tatsächlich die Deutschen meint. Denn er schlug ausdrücklich die Entsendung deutscher Truppen und die Einrichtung von Flugverbotszonen in der Ukraine vor. Zitat. Das war eine ausgesprochen deutliche Drohung mit einem Krieg gegen Russland. Niemand wünscht sich, die Bundeswehr in einen Krieg führen zu müssen. Aber wenn die Gefahr wächst, dass die Ukraine verliert, dann zerstört das auch unser bisheriges Leben in Frieden und Sicherheit in Europa. Zitat Ende. Gabriels Lügen. Da ist sie wieder. Die Lüge von Putins angeblichen imperialen Ambitionen. Gabriel hat entweder nicht verstanden, worum es in der Ukraine geht, oder er lügt bewusst. Der ganze Konflikt um die Ukraine dreht sich im Grunde nur um die Frage, ob die Ukraine ein neutraler Staat bleibt, das will Russland, oder ob die Ukraine der NATO beitritt. Was Russland als nicht hinnehmbare Gefahr für seine nationale Sicherheit ansieht, weil dann Atomraketen nur wenige hundert Kilometer von Moskau entfernt aufgestellt werden könnten. Statt sich mit diesen Tatsachen zu beschäftigen, sagte Gabriel allen Ernstes über Putins angebliche Pläne, Zitat. Er führt einen Krieg gegen den Westen, den er für dekadent hält, dessen Werte er ablehnt und als Gefahr für seine Macht sieht. Deshalb müssen wir Russland weit härter entgegentreten, als wir das bislang tun. Zitat Ende. Es ist genau umgekehrt, denn es ist der Westen, der in der Ukraine einen Krieg gegen Russland führt. Schließlich hat der Westen Kiew erlaubt, russisches Gebiet mit aus dem Westen gelieferten Raketen zu beschießen. Es war nicht Russland, das beispielsweise den Houthis Raketen geliefert hat, um NATO-Schiffe im Roten Meer zu versenken. Allerdings könnte Russland auf die Erlaubnis des Westens nun so reagieren. Dass Putin die Werte des Westens ablehnt, stimmt sicherlich. Schließlich äußert Putin sich dazu deutlich genug. Aber Putin sagt damit nur das, was auch die allermeisten Russen denken. Die LGBT, unkontrollierte Massenmigration, Gendergaga und andere Werte des Westens ablehnen. Und wieder stellt sich die Frage, ob Gabriel einfach nur unwissend ist oder bewusst lügt. Denn Putin sieht die westlichen Werte ganz und gar nicht als Gefahr für seine Macht an. Im Gegenteil. Diese westlichen Werte findet die überwiegende Mehrheit der Russen abstoßend und sie bringen die Russen dazu, Putin dabei zu unterstützen, diese Werte aus Russland fernzuhalten. Es ist entlarvend, dass die Vertreter der westlichen Politik lügen müssen, um ihre Positionen zu vertreten. Würden sie bei der Wahrheit bleiben und den Menschen im Westen erzählen, dass der Grund für die Tragödie, die sich in der Ukraine abspielt, einzig und allein der Wunsch des Westens ist, die Ukraine in die NATO zu ziehen, würde die Mehrheit der Menschen im Westen sicher sagen, dass die ukrainische NATO-Mitgliedschaft all die Opfer in der Ukraine und die Vernichtung des Wohlstands in Europa nicht wert ist. Schizophrene Ideen Wie schizophren die Ideen von Gabriel sind, zeigt das oben erwähnte Zitat, in dem Gabriel eine Art Doppelstrategie vorschlug, als er sagte, Zitat, Putin unseren Eisenfuß entgegenzustellen und zugleich nach Gesprächsformaten und damit nach Auswegen aus dem Krieg suchen, Zitat Ende. Gabriel hat offensichtlich verstanden, dass die in der Schweiz geplante Friedenskonferenz, die von manchen Medien als westliches Selbstgespräch bezeichnet wird, zum Scheitern verurteilt ist, weil Russland gar nicht eingeladen ist. Daher hat Gabriel eine weitere Friedenskonferenz gefordert, Zitat. Neben der Konferenz in der Schweiz bedarf es einer zweiten Friedenskonferenz, auf der sich Russlands Gesprächspartner treffen. Der Westen und die Ukraine brauchen die USA als Führungsnation, die Russland-Allianz sollte von China geführt werden, Zitat Ende. Diese Idee ist vollkommen unrealistisch, weil China die Rolle einer Führungsnation, einer Russland-Allianz kaum annehmen wird, und auch Russland würde kaum zu einer Konferenz fahren, bei der der Westen meint, bestimmen zu können, wer als Führungsnation für Russland spricht und verhandelt. Aber es kommt noch besser. Denn Gabriel fügte noch hinzu, Zitat, Deutschland könnte einen solchen Vorschlag glaubwürdig einbringen. Dann würde das Wahlplakat des Bundeskanzlers zur Europawahl unter dem Motto Frieden sichern auch durch aktives Handeln unterlegt werden, Zitat Ende. Gabriel versteht offenbar nicht, dass Russland keine Länder als Vermittler anerkennt, die Russland gegenüber feindlich gesinnt sind. Die russische Regierung hat schon mehrmals klargemacht, dass beispielsweise die Schweiz auch nur als Ort für Verhandlungen ausfällt, weil sie sich den antirussischen Sanktionen angeschlossen und damit ihren Status als neutrales Land aufgegeben hat. Und dass die russische Regierung die derzeitigen deutschen Regierungsvertreter nicht ernst nimmt, hat sogar Putin selbst schon mehrmals klargesagt, als er in Richtung der Bundesregierung beispielsweise sagte, Zitat, Ich will niemandem zu nahe treten, aber der Ausbildungsstand derer, die Entscheidungen treffen, auch in der Bundesrepublik, lässt meiner Meinung nach sehr zu wünschen übrig, Zitat Ende. Hinzu kommt aber noch etwas anderes. Wie passt es zusammen, wenn Gabriel einerseits den Einsatz der Bundeswehr gegen Russland fordert, andererseits aber meint, Deutschland könnte gegenüber Russland glaubwürdig das Motto Frieden sichern vertreten? Ich frage mich wirklich, was in den Köpfen dieser Leute vorgeht. Sie scheinen jeden Sinn für die Realität verloren zu haben und damit treiben sie Europa unweigerlich in einen großen Krieg, wenn sie nicht endlich zur Vernunft kommen. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Anti-Spiegel. Anti-Spiegel.ru Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017